Hi, mein Name ist Chris und ich stehe heute hier am Stand von ZEISS Industrial Quality Solutions hier auf der Kontrollmesse in Stuttgart und ich möchte mich heute mit euch über das Thema ZEISS X-Ray Series unterhalten. Ihr werdet Röntgensysteme wahrscheinlich eher aus dem Medizinbereich kennen. Dort werdet ihr in ein Röntgenberät geschoben, um zum Beispiel herauszufinden, ob euer Bein gebrochen ist. Doch Röntgenstrahlen können nicht nur Menschen durchleuchten. Sowohl in der Qualität als auch Prozesskontrolle können diese verwendet werden, um zu sehen, ob Bauteile die richtige Qualität haben, um Entwicklungsprozesse zu beschleunigen und das komplett zerstörungsfrei. Mit ZEISS X-Ray Series kannst du das Unsichtbare sichtbar machen. Und das funktioniert beim Scannen großer Bauteile sowie im Sub-Mikrometer-Bereich. Es können also hochpräzise Messungen als auch schnelle Inspektionen durchgeführt werden. ZEISS bietet das breiteste Portfolio. Systeme, Software, Services und Accessoires, so findet man zu jeder Messaufgabe die richtige Lösung und stärkerte Produktivität. Das war es dann auch schon wieder von mir. Danke für eure Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Ciao.